Supertruck und die Babys haben Spaß. Welches Spiel spielt ihr, Leute? Oh, ihr spielt Verstecken. Es scheint, dass Supertrucks Roboter-Zwilling mitspielen will. Chili, schau mal, wer da ist. Ich glaube, er ist nicht, Supertruck. Chili, lauf! Supertruck, die Babys sind in Panik. Oh nein, die Babys denken, Supertruck ist der böse Roboter. Der Knopf für den bösen Roboter ist eingeschaltet. Du musst die Babys vor dem bösen Bohrer finden. Zeit zum Transformieren! Spidertruck wird den bösen Bohrer aufhalten. Lass uns nach den Babys suchen, Supertruck. Du musst einen Platz mit einer besseren Aussicht finden. Mal sehen, ob du die Babys von hier aus entdecken kannst. Da ist Chili! Du solltest besser vor dem bösen Bohrer ankommen, Supertruck. Mach dir keine Sorgen, Chili. Hilfe ist unterwegs! Bleib ruhig! Du bist jetzt in Sicherheit, Chili. Lass uns die anderen Babys finden, Supertruck. Die Babys müssen ganz in der Nähe sein. Geh hinter einen Baum, Sunny! Schnell! Das war knapp. Das kommt von Sunnys Trillerpfeife. Oh nein! Sunny denkt immer noch, du wärst der böse Wicht. Der böse Bohrer hat dem Pfiff auch gehört und ist hinter dir her. Du läufst vor dem falschen Supertruck weg, Sunny. Supertruck, benutze dein Spinnennetz. Hat jemand eine Idee zu Barrys Versteck? Schon gut, Babys. Lasst uns Barry finden. Supertruck, da ist Barry! Barry denkt auch, dass du der Bösewicht bist. Er muss die Babys sehen, um zu verstehen. Gute Arbeit, Sunny. Jetzt kannst du Barry erklären, dass er vor dem guten Supertruck flieht. Oh nein! Der böse Roboter ist jetzt hinter Barry her. Wie willst du Barry dieses Mal finden? Sunnys Pfeife bringt Supertruck auf eine Idee. Zeit, den ST-3000 einzusetzen! Barry wird die Lautsprecher hören und dich schnell finden. Barry, du musst Hilfe finden! Das kommt von deinen Freunden. Hier sind sie! Der böse Bohrer kommt immer näher. Wo ist Supertruck? Hier hört das Versteckspiel auf. Und du hast das Spiel verloren, böser Bohrer! Dem Roboter tut es leid, was er getan hat. Das ist okay, Roboter. Bist du bereit für eine weitere Runde Versteckspiel? Hey, Jungs! Was macht ihr da? Deine Sonnenbrille ist in den Fluss gefallen? Oh oh! Hat sich an, als wäre was passiert. Das schauen wir uns besser an. Sieht aus, als hätte Walter einen Geburtstagskuchen getragen. Oh oh! Oh nein! Oh nein! Stimmt, du musst dieses Feuer löschen! Oh oh! Oh nein! Oh oh! Oh oh! Walter, bring die Kinder in Sicherheit. Die Kinder haben schreckliche Angst. Okay, sieht nach einem sicheren Ort aus. Ja! Okay, okay! Ja! Woohoohoo! Ja, ja, ja! Gasp! Sieht aus, als wären die Feuer alle gelöscht. Gute Arbeit, Estee! Oh, okay! Oh nein! Die Brücke steht in Flammen! Gute Arbeit! Die Kinder sind in Sicherheit! Oh nein! Das Feuer hat die Brücke beschädigt! Super Truck, unternehme etwas! Alles wird gut, Kleine. Super Truck hat einen Plan. Oh, nee! Oh... Oh... Oh, oh... Ah! Oh, wow! Unglaublich! Gut gemacht, Supertruck! Oh, es war dein Geburtstag, Kleine. Walter würde dich nicht zu nah an den Kuchen lassen. Na dann, habt einen schönen Tag, Kinder. Hu! Oh! Ah! Oh! Oh, 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 oh. No, ah! Ah! Oh! 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 Oh Willst du gleich ein paar Briefe ausliefern? Jerry hatte einen Unfall, während er mit Marley ein Rennen gefahren ist Zeit für Super Truck Jerry zu helfen Super Truck, du musst dich verwandeln, um Jerry aus dem Schnee zu befreien Aha Hey Hey Aha Hey Super Truck, du sollst doch Jerry retten Aha Pass auf die Lampe auf, Super Truck Hol den SC 3000, schnell Klasse gerettet, Super Truck Hey Gut gemacht, Jungs Jerry ist endlich befreit bel pris Yeah Hey 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 Ha 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 Gut gemacht, Super Truck. Du hast wieder einmal den Tag gerettet. Wow, ihr spielt Volleyball? Das ist ein tolles Spiel. Oh nein, Chad sagt, dass Bobby im Canyon am Strand festsitzt. Bleib du hier, Baby Rocky. Lasst uns Bobby retten. Da ist er. Genau, wir müssen nach oben. Der einzige Weg, Bobby zu retten, ist, darunter zu gehen. Aber es ist sehr steil. Zeit für eine Verwandlung. Hey, ha! Oh, okay. Mach schon, Super Truck. Oh nein, pass auf, Super Truck. Super Truck, halt durch. Super Truck, unternimm etwas. Oh, das war knapp. Super Truck, der Baumstamm wird Bobby treffen. Du musst ihn retten. Zeit für eines unserer ST-3000-Gadgets. Das Abschliffseil. Natürlich. Ja, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Ja, du hast es geschafft. Bobby ist in Sicherheit. Danke, Super Truck. Du hast wieder mal den Tag gerettet. Aha. Hey Leute, was treibt ihr so? Du wirst über Karl springen? Während du eine Augenbinde trägst. Okay, das war abgefahren. Ja, Marley, du hast es geschafft. Karl, du fährst besser zurück zur Basis. Sieht aus wie eine Party. Sieht aus wie eine Party. Oh nein. Nein, die Pinata blockiert den Tunnel. Karl, du bringst das besser in Ordnung. Badabah, badabah. Ja. Schnelles mal dr Stell. Schnelles mal dringen. Ich spiele durch etwas nest. Ich spiele diese Absolutz Gracias. izaber Schritt. Ja. Schon okay, Walter. Wir wissen, dass es ein Unfall war. Fürchtet euch nicht, Kinder. Es ist nur eine Pinata. Super Truck wird sie zerschmettern. Richtig? Ja. Oh, toll gemacht, Supertruck. Oh, nein. Supertruck, was machst du jetzt? Richtig, ich glaube, du brauchst etwas Präziseres als eine Abrissbirne. Was überlegst du? Natürlich, der ST3000 Laser. Wow, das war einfach. Sieht lecker aus. Das war ganz schön knapp, Supertruck. Ha, ha, ha. Na dann, genieß deine Party, Walter. Ha, ha, ha. Ha, ha.